So, warte mal, die Mütze sitzt noch nicht, jetzt sitzt sie immer noch nicht gut. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben eine weitere Sorte, Prime am Start. Das hat Pupsi irgendwo bestellt auf irgendeiner komischen Internetseite, irgendein, ich weiß nicht was es war, sugardaddy.com oder keine Ahnung. Da hat sie diese Sorte Prime gesehen, denn die gibt es bei uns ja nicht. Die war auch deswegen ein bisschen teurer als normal. Bei uns haben sie ja letztens im Kauf lang die grüne, die blaue, die rote und dann die mit blau, rot, weiß, diese gestreifte sozusagen gehabt. Die haben wir alle getestet in dem Video, die haben wir alle für, naja, befunden. Also ich fand es im ersten Moment besser als Gunnergy, aber gefühlt jetzt mittlerweile würde ich es mir glaube ich trotzdem auch nicht nochmal kaufen, weil irgendwie ist das alles nichts für mich. Jetzt habt ihr diese Sorte, das ist die Pink Edition, ja. Da steht Hydration Drink, Boysen Dehydration, Strohberry Watermelon, also das ist diesmal keine Raspberry, kein Him mehr, das ist Erdbeer, Erdbeer Wassermelone. Pupsi wollte probieren. Wir haben das mal in dieses kleine Gläschen jetzt schon mal geschüttet, damit ich das jetzt hier vernichten kann. Wir probieren mal nur das kleine Gläschen. Sie hat gerade gesagt, was, das fandst du besser als Gunnergy? Das ist total, also da habe ich jetzt richtig was extrem Abartiges erwartet, aber ich muss sagen, der erste Eindruck ist jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe es mir jetzt schlimmer vorgestellt, deswegen füllen wir das jetzt mal in unser Ernesto Glas. Und im Ernesto Glas chacken wir jetzt dieses Prime Ding weg und guckt mal, wie schön die Farbe aussieht. Habt ihr schon mal so einen schönen Prime Chack gesehen, ja. Also es ist auf jeden Fall trotzdem wieder süß, es ist süß, es ist kräftig im Geschmack, süß, es ist trotzdem wieder ohne Zucker. Also manchmal denke ich, dass Gunnergy und Prime sich nichts geben, außer dass Gunnergy halt in der Dose kommt und Kohlensäure hat. Und Prime hat keine Kohlensäure und wirkt einfach nur wie ein Zuckerwasser. Und das andere wirkt halt wie eine Zuckerlimonade. Richtig toll finde ich beides nicht, aber das finde ich irgendwie noch interessanter, weil da gibt es mehr Sotten. Und das hat irgendwie einen Wrestling Bezug, da bin ich wahrscheinlich beeinflussbar. Ansonsten ziehen wir es jetzt mal kurz weg, denn ich habe jetzt Wassermelone nicht wirklich rausgeschmeckt. Ich habe auch keine Erdbeer richtig rausgeschmeckt, ich habe einfach nur eine süße Plörre geschmeckt, ohne Kohlensäure, die ein bisschen kühler sein könnte. Deswegen, es ist schwer zu sagen. Habt ihr schon mal Prime probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir werden das jetzt hier probieren und mal gucken, vielleicht habe ich da einen ganz anderen Geschmack. Das nehme ich übrigens hier auch für Mittwoch, während ich Dienstag und Donnerstag die Brezelpizzen hochlade. Die sind nämlich gerade im Ofen und deswegen muss ich so lange einen Schluck trinken. So seht ihr, wie das Glas ein bisschen beschlagen ist? Das war doch ganz kühl. Und jetzt so beim Trinken, das Trinken an sich war sogar richtig gut. Habe ich bei Gönnergy, wenn ich diese blaue Dose getrunken habe, habe ich beim Trinken bei jedem einzelnen Schluck gedacht, boah, was ist das? Ja, sondern dann hat es immer so gekratzt im Hals. Auch dann durch die Kohlensäure und durch den Süßstoff. Ich finde, es ist angenehmer zu trinken wie Gönnergy. Aber der Geschmack ist halt trotzdem irgendwie künstlich, ist halt trotzdem nicht so, wie es sein sollte. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass die Kohlensäure fehlt, weiß ich nicht. Ich trinke es einmal fürs Video. Nochmal würde ich es trotzdem nicht kaufen. Von den anderen Sorten wahrscheinlich auch nicht, obwohl Pupsi sich dieses Eispop, dieses Gestreifte nochmal gekauft hat. Aber egal. Jede Prime-Sorte mal testen, das wäre vielleicht mal ein Ziel, um einfach mal zu gucken, ob irgendeine dabei ist, die besonders heraussticht. Ansonsten finde ich die Flaschen eigentlich cool. Ich fand die Gönnergy-Dosen aber auch cool vom Design, dass sie einfach so stark eine Farbe hatten. Aber geschmacklich ist es trotzdem irgendwie alles nichts. Ich bleib bei meiner Schwipp-Schwapp und dann ist gut. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Peace out, Vorhaut.